Dieser ETF ist mein absolut liebster Dividenden-ETF. Die Rede ist natürlich vom Spider S&P US Dividend Aristocrats ETF. Der ETF enthält 125 Dividenden-Aristokraten und hat in den letzten Jahren nicht nur ordentlich Dividenden ausgeschüttet, sondern auch wirklich gute Performance gemacht. Hier sehen wir schon mal den Langzeitschart seit 2011. Und wenn wir uns die Performance mal genauer anschauen, dann sehen wir, seit Auflage 2011 hat der ETF 12,7% pro Jahr gemacht, was wirklich sehr gut ist. Und neben der guten Performance gibt es natürlich auch noch viermal im Jahr Geld aufs Konto mit einer annehmbaren Dividenden-Rendite von derzeit 2,4%. Für mich im Bereich der Dividende ein wirklich absoluter Favoriten-ETF. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und natürlich gerne folgen für mehr Finanzcontent.